Willkommen zurück, Leute, zu Lucius! Ja, Lucius! Ich glaube, ich habe mich... Also, ich weiß jetzt, was wir zu tun haben. Und zwar geht es jetzt in den Raum mit dem Drink. Dafür müssen wir eine große Runde drehen, wie es scheint. Da wird uns weitergeholfen mit dem... Nicht, da ist die Bibliothek. Da wird uns weitergeholfen mit dem Gift. Denn natürlich habe ich recht. Es geht jetzt um Gift. Wir laufen geradeaus. Wir laufen geradeaus und freuen uns mit Lucius, dass wir den nächsten Mord planen. Juppia, yay! Und da waren wir eigentlich auch schon. Ich hätte mal da bleiben sollen. Ach ne, nicht schon wieder. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Diese Scheißkreuze. So ist schon viel besser. Macht mich auch immer voll aggressiv. Geht gar nicht. So, hier wird das Essen gemacht. Hier bin ich jetzt aber eigentlich schon wieder zu weit. Oh, da ist sie ja. Guapo? Ja, mach mal dein Essen für Agnes. Wo denn? Wo denn? Sauber machen, Essen holen. Hier wird das Essen gemacht. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Die muss so oft jetzt Essen machen, bis wir das hinbekommen haben. Ja, ihr schön zu versauern. So, hier geht die Agnes... Äh, Quatsch hier. Wie heißt sie? Guapo. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Wie nennt die mich immer? Guapo? Kapier ich nicht. Hier wird... Hier holt ihr das Essen raus, ne? Mhm, mhm, mhm. Vielleicht können wir die Zutaten hier... Aber man kann... Im Moment kann man hier nichts machen. Also selbst wenn wir das Gift hätten... Hier ist doch was. Korb voller Brot. Ach, vielleicht wird das Brot manipuliert. Das kann natürlich sein. Aber jetzt brauchen wir das Gift. Und dafür müssen wir... Dahin, wo die Theke ist. Jetzt fragt mich nicht, wo die Theke war. Ach, zu dem anderen Sektdingen sollen wir, glaube ich, hin. Dann kann ich ja hier bestimmt durch den Raum laufen. So quer fällt ein. Rüber auf die andere Seite vom Haus. No? Genau. Guck mal, da sind wir doch richtig hier, oder? Oder? Ich glaube, hier will ich hin. Hier soll irgendwo das mit dem Gift... Aber da wäre... Wie kommt man denn auf sowas? Wie komme ich... Warum weiß ich das denn? Woher weiß man das? Man rennt so lange... Agnes sagte, ich soll die verdammten Ratten vor Erntedank loswerden. Ich würde gerne sehen, wie sie ihren fetten Arsch bewegt und es versucht. Die Agnes. Ähm, ach deswegen. Und es wurde doch auch irgendwas gesagt mit, ähm... Wir sollen nach Alistair gucken. Und das ist er nämlich. Sehr schön. Okay, daher hätte ich das wissen können. Sie schutzt einfach immer die Leute rum. Juvita sagt, es müssen wir alle fünf Minuten... Ja, 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 jetzt... Mega mal nicht, ich kümmere mich ja schon. Aber er darf nicht hingucken, ne? Heißt das nicht anders, das ist Licht und äußerst türkisch. Können wir ihn irgendwie ablenken? Können wir das mit Tedekinese? Tedekinese. Aber das kriegt er doch auch mit, wenn wir das so machen, oder? Ich mach mal ein Notizbuch. So. Agnes. Rattengift, ich kann das jetzt nicht nehmen, da sie sonst wissen wären, dass ich es war. Ich muss wieder herkommen, alle schlafen. Hm, ah, so. Ja, dann gehen wir mal... Dann gehen wir mal schlafen. Können wir das denn hier überhaupt? Müssen erstmal alle... Haier machen gehen. Hier ist wieder jemand reingegangen. Wer denn? Ah, hier. Wer ist das? Fabius. Wer ist denn Fabius? Hallo Fabius. Okay, äh, die Frage ist jetzt, ähm... Muss jetzt irgendwie wieder, ne? Muss jetzt, ja. Was mach ich denn jetzt? Mama! Ist ja komisch, Mama. Mama! Mama! Oh. Hausarbeit! Naga können mich nicht leiden. Ich wüte in ihren Eingeweiden. Hm. Ja, das ist schön. Was ist... Wie ist denn das mit Mama? Weil wir jetzt hier irgendwie die ganzen anderen haben und... Ich will doch aber mal wieder... So. Weißt du? Mama. Mama! Tut mir leid, Lucius. Ich bin nur ein wenig müde. Ja, dann machen wir das Licht aus. Zack. Mami. Gehen wir alle schlafen. Würde ich sagen. Wir gehen schlafen. Aber irgendwas hatte sich doch hier noch getan, ne? Kann das sein? Ohrringe suchen. Den Müll rausbringen. Ohrringe suchen. Du warst in letzter Zeit so ein guter Junge. Wir müssen dich irgendwie belohnen. Hast du meine Ohrringe gesehen? Ach, jetzt sagt sie das. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gelassen habe. Ich bin jetzt ein Monat hier. Was glauben Sie... Ohrringe suchen. Schlafen gehen. Ohrringe suchen. Alles auf einmal hier. Mach ich denn jetzt mal. Wo denn? Wo gehst du denn immer? Soll ich jetzt hier gucken nach deinen Ohrringen? Müssen wir nach ihren Ohrringen suchen? Wie sollen wir denn... Dieses Haus ist so riesig. Also... Schlafzimmer. Aber da habe ich nie Ohrringe gesehen. Ich weiß, Mama. Ich weiß. Wir belohnen mich auch noch. Pass mal auf. Ich suche ja schon deine blöden Ohrringe. Oh. Oh. Was habe ich denn hier gefunden? Secret... Secret Door. Wine Keller. Da ist eine geheimne Tür. Was ist das? Was finde ich denn jetzt hier cooles? Fotopapier. Eine Karte mit einem Geheimweg. Enkel. Hallo. Ich habe hier nichts gemacht. Ich habe... Ich habe... Ich habe nichts. Ich gucke nur ein bisschen in die Schubladen. Onkel. Äh. Opa. Onkel Opa. Ja, wenn ich das jetzt hier gefunden habe, dann werde ich hier wohl nicht noch mehr finden. Oder was? Ach, du bist schon wieder weg. Ach so. Oh, hier ist sogar ein Privatklassenzimmer. Ich... Wir sollen alle schlafen gehen jetzt. Ich soll es nicht lernen. Was? Okay. Ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das... Muss nicht sein. Was ist das Klebe? Lusches! Ich finde mal, was er alles hier auf den Boden schmeißt. So eine geizige Manier. Alles Essbare, um sich her zu sammeln. Und das eine mit den Augen. Und das andere gleichsam mit dem Maul zu verschlingen. Cool, hier sind alle schlafen gegangen. Und ich habe es jetzt voll verpasst, oder was? Wir machen morgen damit weiter. Morgen damit weiter, Mann. Hier war doch gerade Nacht anscheinend. Alle stehen jetzt wieder auf und ich habe Arschkarte. Scheiße, habe ich es jetzt voll verpasst? Eins, zwei, drei, siedel, drei. Ich schmeiße die... Ich schmeiße die ganzen... Selbst schmeiße ich die hier vor die Füße. James. Wir setzen den Unterricht später fort. Ja. Sehe ich auch so. Ich höre mich voll verwirren hier alles. Geht mal alle schlafen jetzt, Leute. Damit ich euch töten kann. Hier ist ein Kreuz. Da. Das ist nicht in Ordnung. So, dann gehe ich da jetzt nochmal hin. Ich warte jetzt einfach, oder? Sind die alle mal weg hier? Weil ich weiß jetzt nicht, wo, wo hier... Ich habe übrigens keine Angst. Hört auf, so mit mir zu reden. Ich mag das nicht. Also, das ist auch so ein... Drinkraum. Einfach mal die Sachen immer so... Nehmen und... Ja, auf den Boden schmeißen. Du bist so ein artiges Kind. Hallo, mein Junge. Du nimmst alles in die Hände... Und schmeißt es auf den Boden. Ich habe dich so gut erzogen. So, hier unten wäre ja nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur... Ja, jetzt müssen wir... Ja. Hallo. Ja, ich bin ein bisschen unheimlich. Ich weiß. Hallo. Hallo, Jovite. Und wenn wir mal den Geheimraum jetzt... Ne, das mache ich nicht jetzt. Erstmal müssen wir die nächsten Leute umbringen. So, ist der jetzt noch da? Oh Mann, er ist immer noch da. Scheiße. Geh mal schlafen. Alter. Ist voll nervig. Geh mal pennen. Ne, ich will nicht in die Bibliothek. Was mache ich denn jetzt mal mit ihm hier? Was mache ich denn jetzt mal mit ihm hier? Können wir nicht einfach hier warten? Digga, geh mal pennen. Du bist ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein, ja? Ach so. Ach, hat schon gereicht jetzt, oder? Eine, was, Flasche was 33er? Muss ich, da muss ich bestimmt in einen Weinkeller, oder kann ich die hier nehmen? Oder da? Da waren hier auch ganz viele. Wo soll ich die denn jetzt? Ich bin ein kleiner Junge, woher soll ich das wissen? Was haben wir denn jetzt hier so? Woher weiß ich jetzt? Ich glaube, wir müssen in den Weinkeller. Und wir haben doch diese geheime Dingens gefunden. Womens. Da geht's auch runter, oder geht's hier hoch? Ach nee, hier geht's hoch. Ich will aber... Lass mal die Flasche sein, Junge. Wann sind wir hier wieder? Ach, guck mal. Oh Mann, ich kann mich hier sowas von verirren. Ihr glaubt das gar nicht, aber das seht ihr ja. Ähm. Doch, wir müssen hier durch. Und dann da lang. Genau. Und dann da. So, damit wir dann runter können in den Weinkeller. Mit einem coolen geheimen Raum. Wo ist denn jetzt hier der... Wo denn? Äh. Ich geh laufen einfach. Wir sollen ja jetzt hier hin. 1860. Aha. 1950, 1910. Wo ist denn jetzt hier der Raum? Schon unheimlich hier. Aber das macht ja so einem kleinen Satansbraten nichts aus, ne? Das wäre ja... ...was merkwürdig. Deswegen stehen wir da auch jetzt ganz cool drüber. Mann, komm ich verzögert an. So. Meine Stimme. So. Hm. Irgendwie müssen wir ja jetzt mal... Hm, komm. Was war das überhaupt, was wir nochmal wollten? Was für ein... ...Jahrgang? Na, geh mal mit James und den geizigen Manier. Alles, da sei ein guter Junge. Holen wir eine Flasche 33er Wein. Hm. Hm. Vielleicht können wir hier mit Telekinese auch schon irgendwas machen? Oh nein, ich stecke fest. Oh, oh, ich hab jetzt Scheiße gebaut, oder? Ah, Gott sei Dank. Bin ich noch rausgekommen. Ja, das ist... Kann schnell passieren. Und wenn du hier den Schalter mal betätigst... Lass mal die Flasche sein. Benutz mal den Schalter, Junge. Mit Telekinese vielleicht. Telekinesefähigkeit einsetzen. Okay, dann nicht. Lass mal die Flasche. Die Taschenlampe auch. Willst du nicht... Hä? Will er irgendwie nicht, ne? Voll komisch. Ich check das aber auch nicht, wo der Raum sein soll. Ich gucke nochmal hier auf meine coole... ...Dings... Secret Door. Ich check nicht, wo wir gerade überhaupt sind. Wir sind eine Treppe hoch... ...runter... ...runter gegangen. Irgendwo hinten in der Ecke. Aber ich glaube, wir stehen dann... ...wenn das der gelbe Fleck ist, dass wir das sind, dann... ...wird das ja noch ganz woanders. Dann ist es ja irgendwie da lang. Ah, hier vielleicht... Ah, guck mal. Hier. Ah. Oh, geil. Wir haben einen Geheimraum entdeckt. Boah. Wuhu. Du hast einen geheimen Ort gefunden. Ich bin ein Forscher. Ja. Ein kleiner Entdecker. Oh, und das ist schon richtig rumgedreht. Das ist also voll für uns hier. Fesseln zum Festbinden von Opfern auf dem Tisch. Oh, voll schön. Oh, schön. Ja, das ist schön. Inventarpjekt. Was ist das? Was ist das? Was sind das für Pillen? Flasche mit tödlichem Gift. Na. Na, das könnte doch hilfreich sein. Würde ich sagen. Dann war das ja alles total richtig hier. Und was haben wir hier? Oh. Oh, so ein Artefakt. Tomb Raider Artefakte. Das ist ja cool. Aber ich kriege sie irgendwie nicht auf. Das ist sie nicht für uns bestimmt. Nicht das Gift wegwerfen, Lucius. Schön wegpacken. Man muss das nicht aufmachen. Bleib mit Telekinese. Mach mal. Junge, mach mal. Das ist verriegelt. Wir brauchen also noch einen Schlüssel. Vielleicht der auf dem Nachttisch von Mama. Egal. Wir haben das tödliche Gift. Das ist auf jeden Fall voll cool. Und vielleicht muss ich wieder hier die... Wie geht denn das so? Das muss ich wieder umändern. Ach, hier kann ich hier... Ah. Das kann so nicht benutzt werden. Vielleicht mit... Jetzt vielleicht? Hier damit? Ne. Man könnte natürlich... Vielleicht auch was anderes da noch benutzen. Hier das Ding hier. Also nächstes Nageldingens auch nicht. Aber vielleicht ist es ja auch noch gar nicht für jetzt gedacht. Wir wissen ja jetzt, dass es den Raum hier gibt. Ist voll schön und so. Vielleicht hier mit der Piste Nagel... Ich glaube, dass wir den Schlüssel finden sollen. Ja, ich glaube, wir sollen den Schlüssel finden. Das ist ja geil. Aber den sollte man ja anscheinend auch finden hier. Also ich meine... Was heißt hier... Wir haben Pillen gefunden mit Tödlichen Gift. Aber wir sollen doch eigentlich ihm eine 33... Ja, die Flasche holen. Ne. Und ich prüfe jetzt nochmal nach, ob es überhaupt so eine hier gibt. 1960, 1940, 1950, 1910, 1860. Sind hier noch mehr? Ne, die kann ich nicht nehmen. Je, dann war das hier für den Raum. Aber nicht für das Rattengift. Das ist ein anderes Gift, was wir jetzt hier gefunden haben. Hm. Wenn du das nochmal sagst, ne? Dein Onkel ist etwas Besonderes. Dann werde ich langsam sauer, du. So, jetzt bin ich wieder auf der falschen Seite. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ich war also richtig da. Scheiße, ich renne doch immer falsch. Aber das macht ja nichts. Lucius ist geduldig. Dann sind wir auch geduldig. Wo kriege ich denn jetzt? Oh nein. Da muss ja irgendwas hier stehen. Irgendwas muss hier stehen. So viel Wein. Und keiner soll es sein. Hm. Wo ist denn dein doofer Wein? Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33. Ja, wo denn? In der Bibliothek oder was? Haben wir sowas schon? Ich habe eine Whiskyflasche. Würdest du dir das... Willst du das hier? Oh, Mist. Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein. Das schaffst du doch, oder? Ja, klar. Bin ja nur... Oh. Oh. Oh, ich habe die Whiskyflasche vergiftet. Ach so. Das war jetzt wirklich totaler Zufall. Will er denn jetzt die Flasche haben? Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er Wein. Die ist aber dann... Die ist dann nicht für ihn. Also wir sind jetzt gerade irgendwie einen Schritt voraus dann. Also er will nicht den Whisky, er will schon den Wein haben. Aber anscheinend sollen wir jemanden später mit Whisky vergiften. Und dafür haben wir das dann schon gefunden. Ich habe echt keine Ahnung wo. Mach mal die Flasche weg. Dusche ist nicht so schnell. Einer nach dem anderen. Das können wir nicht nehmen, aber die konnten wir nehmen. War es die vielleicht? Meine Güte. Keine Wanne. Ich mache das gleich sauber. Das brauchst du auch nicht machen. Lass das mal alles so, wie es ist du. Hier liegt nicht keiner. Okay. Das macht da das Licht aus. Auch gut zu wissen. Manu, ich will jetzt unser Gift und ich will jetzt die Flasche finden. Wo ist denn der Wein? Wird mir hier irgendwas geholfen? Also ich hätte Weinkeller gedacht eigentlich. Das wäre für mich so das Logischste gewesen. Oder halt hier irgendwas in der Nähe. Aber hier ist ja nichts beschrieben. Und unten ein Weinkeller war. Habt ihr ja selber gesehen. Nichts mit 33. Ich bin mir verwirrt. Gibt es denn noch Wein? Vielleicht aus seinem Zimmer. Vielleicht gibt es ja in seinem Zimmer Wein. Oder so. Wenn ich jetzt mal wüsste, welches sein Zimmer ist. Diesen Arbeitszimmer ist auch gut. Wäre gut dafür gedacht. Nee, nee, nee. Also ein kleiner Tipp wäre schon nett. Nett du. Weil hier gibt es so viele Zimmer, dass ich keine Ahnung... Ich gucke mal eben ganz schnell nach, wo ich den Wein finde. Bis gleich. Ah, da bin ich wieder. Und es ist tatsächlich der Weinkeller, wo wir den Wein finden. Weil wir ja quasi zurückrechnen können. Auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen. Ich dummerchen. Das hier neben 1940 könnte ja auch 1930 sein. Ich dachte aber, es gibt wirklich nur die Weine, die hier von der Jahreszeit angezeigt werden. Und dann müsste irgendwo hier, weil hier 1930 ist, das sein. Aber hier sind keine Weine irgendwie, die man nehmen kann. Das wundert mich ein bisschen. Also da oben... Da ist 1916, 1950, 1940... Vielleicht die eine da? Die eine! Ist das jetzt eine... Ist das jetzt die richtige? Oh Gott, die darfst du jetzt nicht fallen lassen, du Schiss. Ich weiß nicht, ob die das ist. Ich... Nehme die jetzt mal. Obwohl. Und die wird mir auch nicht angezeichnet im Inventar. Sonst macht das doch auch immer irgendwie ein Geräusch. Das irritiert mich jetzt. Aber es war... Es ist die einzige, die wir hier nehmen können. Also... Ich nehme die jetzt mal. Und wehe, der lässt sie fallen. Das wäre mega scheiße. Dann sind wir die ganzen Bödenflügel dazu. Ja, das lernt mich nicht. Weiß, dass mein Onkel was Besonderes ist? Ich bin ein Kind. Plastas. Ich will über sowas nicht reden. Das ist ecolig. Küssen und Liebe und... Bäh! Ne. Ich bin verwirrt. Hier kam man doch durch zu ihm. Ich dachte, da kommen wir durch zu ihm. Scheiße, hier vielleicht? Ja. Guck mal hier, habe ich dir mitgebracht. Sei ein guter Junge und hol mir eine Flasche 33er bei mir. Ja! Und jetzt? Flasche Wein. Nur die Ohrringe habe ich noch nicht gefunden. Okay, das war jetzt einfach nur so zum Bravsein wieder, oder was? Na toll. Ja, Mann! Aber ich glaube, wegen dem Schlafengehen... Ich sollte nochmal wirklich in mein Zimmer gehen und versuchen schlafen zu gehen. Auch wenn ich dachte, die Nacht wäre schon rum. Aber irgendwie müssen die mal alle pennen gehen, damit ich hier heimlich rangehen kann. Das machen wir im nächsten Part, Leute, mit Lucius. Sie schuckt einfach immer die Leute rum. Jovita sagte, sie muss ihr alle fünf Minuten neues Essen bringen. Die machen wir fertig. Und dann... Dann machen wir dich fertig. Dich. 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 Dich.